Hier vorne, Carina James Hunter. Vielleicht nicht einer der bekanntesten Musiker für euch, aber den nächsten kennt ihr bestimmt. Und zwar, als wir angefangen haben, als Firebirds, haben wir ganz oft Musik von ihm gehört und auch unser Repertoire setzt sich aus vielen seiner Songs zusammen. Also machen wir nicht nur einen kleinen Rückblick auf unsere Anfangszeit, sondern auch einen kleinen Tribute für diesen Herrn. Er hat am Piano Musikgeschichte geschrieben, sein Name ist Fats Domino. Hier sind einige seiner Melodien. Eine Tribute zu Fats Domino. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Applaus 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 Applaus